Der klassische Porsche schafft bei mir einfach mehr Leidenschaft und mehr Bindung aufzubauen. Es ist einfach ein Auto auch fürs Leben, eine Kamera, die einem das Leben begleitet. Und das sind Dinge, die mich fesseln und einfach eine engere Bindung eingehen lassen. Ich bin Johannes Huber und bin Fotograf und Porsche-Liebhaber. Ja, es ist schon ein besonderes Erlebnis hier, das so sehen zu dürfen und auch die besonderen Liebhaberstücke und Einzelstücke zu sehen. Mechanisch sind das für mich Meisterwerke. Die Verbindung für mich zwischen dem klassischen Porsche und der Filmfotografie ist einmal die besondere Ingenieursleistung, die gerade in dieser alten Technik und besonderen Technik steckt, aber auch die Handwerkskunst, die damit verbunden ist. Also für mich das Besondere hier ist, Porsche hat den Wagen gebaut und wer kann ihn besser pflegen als Porsche selbst? Mein Name ist Uwe Makruzki. Ich habe das Vergnügen, die Porsche Classic Werksrestaurierung zu leiten. Ja, die Fahrzeuge wurden ja in Stuttgart-Zuffenhausen gebaut und sie kommen alle zurück an den Geburtsort. Dort werden sie gepflegt, gewartet, restauriert und wieder zurück auf die Straße gebracht. Wir haben erfahrene, motivierte, leidenschaftliche Mitarbeiter. Wir haben sämtliche Spezialwerkzeuge, teilweise auch schon aus der Serienproduktion und uns liegen sämtliche historische technischen Zeichnungen aller Ersatzteile vor. Aus diesem Konstrukt sind wir in der Lage, wirklich außerordentliches zu leisten. Ich würde meinen Porsche immer wieder hierher bringen, weil ich weiß, dass er hier in besten Händen ist. Meine Leidenschaft ist, die Autos zu spüren, zu erleben. Was ich Besitzern von klassischen Porsche empfehle, ist, fahrt eure Autos. Wartet nicht auf den besonderen Tag, um ihn zu fahren, sondern jeder Tag ist dafür da, einen Porsche zu fahren. Wartet nicht auf den besonderen Tag, um ihn zu fahren, sondern jeder Tag ist für die Autos zu fahren, sondern jeder Tag ist für die Autos zu fahren, sondern jeder Tag ist für die Autos.